So, immer noch in Hamburg ein weiterer Passant, der sagen will, wieso er Joachim Gaut gut findet. Bitteschön. Ich stehe hier, um die Wahlmänner und Frauen in ihrem Mut zu bestärken, wirklich von ihrem Gewissen abzustimmen, so wie es ihr Recht laut Verfassung ist, wie es das Recht von uns Bürger laut Verfassung ist. Und es ist nicht so vorgesehen, dass die Wahlmänner und Frauen nach Parteiresort abstimmen oder danach, wie es ihre Parteivorsitzenden ihnen sagen. Und ich finde das wichtig und deswegen stehe ich hier und erhebe mir meine Stimme.